Rauschkoma Ey, warum schubst du mich? Ah fuck Ich hab ihn noch einmal gesehen Das war ja nicht, oder? Doch, das war er Er hat unter 30 Leben Nice Er hat weiter Ich hab ihn noch einmal gesehen Hallo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TheCulling Nach dem Mega-Update Wo bist du? Yo Outfitters Outfitters Survival... Ich spiele jetzt das zweite Mal Ja, wir spielen jetzt das zweite Mal Boah, da sieht die Grafiken irgendwie geil aus, sogar Ja, also es gibt neue Airdrops Unter anderem den Cyclops Und den... weiß ich nicht Mit den Airdrops hab ich mich nicht so beschäftigt Äh... Ja, ganz viel Grafisches wurde gepatcht Geändert Ich hab ne Eis-Axe Man kann sogar anmachen, dass man die Pingen sieht Das war aber schon früher so Ja? Ja Ach, das ist so ein Scheiß eigentlich nicht, aber das ist ganz praktisch Ich hab immer... Ich hab... Ja, äh... Ja, äh... Die ganzen... Die meisten Gebäude wurden umgebaut Und die Sears zum Beispiel sehen richtig fetter aus Ich hab ne Explosive Mine Es... Es... Sag mir's so, es ist ein neues Game Also es ist jedenfalls viel fetter geworden Nein, ist ein Hammer Ja Hast du zu meinem neuen Perk Ja Passend dazu höre ich schon jemanden Wie bitte? Passend dazu höre ich schon jemanden auf mich zukommen Ja, ich komm mal in deine Richtung Danke Haben nix besseres zu tun Ja, ähm... Gravel... Also das ganze Spiel Die haben neue Licht... Äh... Effekte Wir beeilen hier ein bisschen, dann können wir den klatschen Weil der... Klaut nach uns alles Ähm... Ja Also neue Lichteffekte wurden eingebaut Man sieht ja, das ganze Spiel ist einfach viel heller geworden Das Gebäude zum Beispiel wurde hier umgebaut Es gibt ne neue Waffe, den Dreizack Bei mir ist einer Aber ich komm erst mal zu dir Bei mir ist irgendwie der grad nicht hier im Haus oben Ich weiß nicht wo er ist Ja Und das seh ich ihn gerade nicht Meiner läuft weg Ich hab nix plus ist mein Geist Joa Musst du ihn entweder vernünftig nutzen oder verkaufen Ja Okay, ich bin da Soll ich von unten rein? Okay Mach das Ich seh ihn irgendwie nicht mehr Jetzt... Jo, bei mir ist er nicht War der denn überhaupt im Haus drin? Ja, ja, ich hab gehört wie die Tür unten auf und zu ging Ah nein, er ist wieder rausgegangen Ich hab alles gelootet, komm Achso, okay Ja dann, ja Na ja dann ja Ah ja, den Rucksack brauchst du? Oh ja gerne Oh ja gerne Nice Okay, aaah Hey, was machst du da? Ich brauch die Fangs Nein, nein Welchen Airdrop hab ich überhaupt? Ich hab wieder random, weil ich die neuen Airdrops haben wollte Ah, da war ja was Lass mal hier oben links hochgehen zu dem Tunnel Der wird eh gleich vergast Wow Äh, und ich zeig euch gleich auch nochmal meine Perks Äh, oh ich hab den Juggler Ich hab den Juggler Ich hab den Juggler Juggler Ja, ich mach's rüber Ne, Juggler Nee, Juggler wieder weg, wo du bist Da kommt klar aus denn Ähm, wer Welchen hast du? Ich hab den, äh, Slugger Slugger? Okay Ich hab meinen Juggler 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 Ja, es gibt jetzt auch einen Perk Wodurch man nicht mehr getrackt werden kann Von meinen Äh, von den Juggler Juggler Apropos Oh, hier liegt, da liegt der Hammer, den kannst du verkaufen Den Hammer kannst du verkaufen Ich hab noch einen Hammer Oder auch nicht Wär schon in andere Richtung, hier Andere Richtung ist näher Andere Richtung ist näher Ah, Leute Ich fange Au Das war meine Explosion, vorhanden, eigentlich Was? Was ist das? Au Okay, wir sollten uns wieder aufs Spiel konzentrieren Ah, leid Ja, sollten wir Sollten wir echt noch machen Ja, sollten wir wirklich Jetzt noch schnell was trinken Äh, verkaufte Spritzen an mich, wieviel Punkte hast du? 31 Okay, wow Ich hab zwei Spritzen Stamin und Lauf Man-Tracker, was sagt der? Der sagt, wir müssen stehen bleiben Äh, 99 plus, nach links Nach links Nach, south Sauf Sauf Okay Mach's auf Sauf Sauf Halt, stopp, halt 90 Meter geradeaus In Südwest Sag ich die Richtung Okay Willst schon finishen Den ersten Ja, klar Hast du Lackday? Ja, klar Okay, ich nehme mal dich Schlauchspritzen Sonst hänge ich hinterher Ja, da verkäuft er Verkäuft er Was? Ich hab' gefehlt Hab' gefehlt Gefehlt Oder hast du? Gefehlt Richtig Idiotisch Jörn, warte, ich bin noch nicht da Okay Guck mal, hast du, wie wir den überfallen haben So Kleine besitzt Kacke Gotht Wie wir da sind Viva Loot Piñata Rals Coma NOTE Synthetik Jackson 5 Ist dein seterbegebirge nicht? Nein Warte nur mit deinem seterbegebirge Mit deinem seterbegebirgen Sonst Ey, warum schubst du mich? Oh fuck Ah ja, Mill enf جäf ich Das war ja nicht Oder? Doch, das war er Er hat unter 30 Leben Nice Er hat weit unter 30 Leben Quertet Speer hatte er Und eine Bandage Wie weit auf der Bandage nimmst du, du hast weniger Leben Ich habe 107 Ich höre ihn Ich auch Links oben Fuck, er fehlt Oh, er hat nochmal 30 Leben dazu gekriegt Ich habe ihn mit einer Spritze abgeworfen Ich habe ihn gerade mit einem Palm abgeworfen Genau in dem Moment Du hast diese Spritze getroffen zuerst Du hast getroffen Ja, geil Warte, ihr liegt noch in einem Tentonife Ja, geil Warte, nimm die Bandage Du bist ganz lauer als ich Ja, ich habe die 57 Hast du es, okay Hast du es in einem Tentonife? Ja, habe ich Ich habe jetzt auch noch ein Medikit Aber das wollte ich jetzt nicht wasten Ähm Noch 78 Pass Wir können ja meinen Dissueers reingehen Da hast du noch jemanden gehört Warte, ich schicke kurz Hast du eine Alarm dran? Ja, aber dies leer Vor 3,40 Meter vor uns Der landet vor uns da vorne ist ein Expo Swable Ja, da ist es nicht Er ist unter uns Er ist unter mir Er hört das, okay Ja, der ist direkt unter mir Wollen wir rein? Hast du Expo Swable noch? Ja, habe ich Oh, da bin ich heimig Hähähähähä Ja, cool, wenn du die rauslocken könntest Allein. Natürlich. Warte, ich mich ja immer hin. LOL. Also das waren wir jetzt nicht. Das war oben. Nee. Das war drinnen, bei denen. Ich glaube, ich habe gerade ein Gewehr gehört. Ich nehme die Claimers mit rein. Ich gucke rein, langsam. Wir sind links neben uns. Der hat einen Survival Spear, oder? Komm weg da, Jürgen, komm weg da. Das ist ein Dreizack. Komm raus, komm raus, komm raus. Er hat ihn geworfen, er hat ihn geworfen. Shit, er hat ihn geworfen. Komm raus, komm raus, komm raus. Ich kann dich nicht bewegen. Hä, wie macht der das? Hast du gesehen? Nee. Der hat alles auf einmal abge... Nice, komm raus, komm raus. Hast du dich getötet? Du hast mich getötet. Doch, du hast mich getötet. Alter, krass. Der ist richtig übertrieben. Also, der Dreizack ist richtig krass. Ja. Ey, aber der andere Typ hat das vor, hat mich aber richtig getötet. Nein, der hatte nicht... Doch, doch, der... Ne, der nicht danach hatte. Oh, Currywurst, ein deutscher. Ja, stimmt. Der hat mir null damage gemacht. Ja. Schade. Schade. Der Dreizack ist echt geil. Ja, war eigentlich eine ganz geile Runde, so. Das schneide ich auf jeden Fall irgendwo mit vor. Der Dreizack muss unbedingt. Also, wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich wieder. Tschö. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bekannung. Wo bin ich hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ein Taubenmeter voneinander entfernen. Nice! Dann bist du auf der genau gegenüberliegenden Seite von mir. Ich bin... glaube ich beim wald er ist glaube ich beim wald ah ja ich weiß wo ich bin ja er weiß wo er ist mhm das weiß er mhm wie heißt das schatteste lied das freut mich verhofft und ich weiß laufen 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 wo bist du hier oben wo ja hier oben über die brücke geht letzte folge war ziemlich geil wir haben wie immer wenn ich aufnehmen gewinnen ich bin jetzt schon wieder in der mitte in der nähe in deutschland ja davor war ich ja mal steppelt jetzt sag mal wo bist du denn heute ist das cool wenn man die brücke unter der brücke was für netz kaputt macht brücke ja es gibt zwei die sagt mir ein haus in der nähe unter der brücke hat haus auch das okay ich bin jetzt schon lange auf dem weg zu dir bevor darüber da man noch hingeht zu sehr großen kaum was ist das radio station naja ich muss mir wieder das spiel angewöhnen habe ich mir so viele arme sagen trete noch hätte ja 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 Ich habe noch einen Tenton, nein, von du. Brauche ich nicht. Macht sowieso kaum Schaden. Werft Schaden? 7 bis 21, ne? Bei mir ist einer. Ich bin noch im Weg. Ich kann nicht die Bandage jetzt nicht wegschmeißen. Mach's auch nicht. Ich bin echt da, ich hab ganz viel Inventar, als hab zwei Plätze noch frei. Ja, ich wollte mir am Satchel craften und... Was willst du, Machete? Tausch gegen Hammer? Ich hab ne Steelpipe, ich brauch keine Machete mehr. Gib's mir trotzdem mit Hammer? Du kannst die Steelpipe haben, wenn ich die Machete kriege. Weil du kommst mit, du hast ja auf Hammer. Mhm. Bring mir nen Stock mit. Da muss ich nen Stock finden. Ich muss nen Stock wählen. Essen ist da! Au. Hier. Glück bin ich ausgewichen. Du musst ja noch Hater haben, ne? Ja. Hier. Willst du noch was haben? Was hast du denn noch? Ich hätte noch für dich... Ja, gib mir das Tantor. Ja, ich hab noch nen Main Tracker für dich. Willst du noch? Nö. Kannst du verkaufen. Welchen Airdrop hab ich? Sniper. Kaun. Claimer und... Gewehr. 175. Ist er günstiger geworden? Ich glaub schon. Der hat mal 85 gekostet. Bin ich geil? Wollen wir auf den Spahn? Ja. Na, Spahn. Wir sind reich. Rote Kiste. Hast du nen Explosive Railroom gesehen? Nö. Ich seh... Ich schrecklich. Ich hör nen Menschen. Bei mir. Einen? Er hat nen Alarm Gun... Na, der hat nen einen Bloggang. Komm her! Komm hoch! Er hat mich getroppen! Sie! Sieh! 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 Er läuft in deine Richtung! Er läuft weg! Er wird aber Laufbonus. Pass auf! Ja, ja. Das willst du nicht treffen. Nein. der blogger das ist blöd ich habe keine stamina die auch gleich nicht mehr wahrscheinlich aber dass der zweite das der freund darum was zum schießen in achtung ja auch mal nicht wollte mir doch nur ich gehöre da ist ein extra spiel achte mal drauf wurde er fliegt ja ich fühl mich so langsam ich sehe er hat mich das reicht ja ich habe das ist eine axt aber ich kann nicht umgehen kann ausprobieren ich habe aber auch aber stagner weiß willst du was dafür ja immer mit dem typen wieder und wir sind mehr schaden machen würde mit der axt aber egal dann nehme ich doch den wenn man dort ist da doch direkt da oben landet bei uns hier was recht warte ich habe eine axt damit sollte es doch schneller gehen wie macht man denn also mit dem speer ja ja kommt das schaffe ich niemals aus der entfernung das ist das ist das du nicht wissen wir sind niedergekommt alter der fliegt nicht hoch genug das war die haben mega knapp macht 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 woher fliegt er vorne jetzt ja das ist ganz gut das macht halt 80 schaden digga 80 80 schaden digga aber nur wenn es genau in der person dran ist ja ich habe wie gesagt ein sniper welchen etwas hast du ich habe noch den slager war zu dumm hat mir keinen random geholt weil ich verheiratet zeig eigentlich haben ja dann kriegst du es dann kriegst du es ist dann lass mich verkaufen ich verkaufe eine sache und dann kaufe ich mir den er holt mir meinen erdop ich verkaufe mein hammer einfach willst du eine feuer axt führen oder willst du behalten kann ich verkaufen ja da ich rufe lol wenn man die wirft alter bleibt ihr auch in einem baum stecken ne das wäre witzig gewesen ich komm mit der nicht klar deswegen verkaufe ich sag mal wie viel hast du gebracht 30 glaube ich boah 60 alter das war mal ein schrei ich höre die armen frauen ja stimmt das war ein frauenstrahl was ich werf gleich noch dynamit nach deinem airdrop nochmal ich habe keine akku mehr ne ich habe alles verkaufen lassen von dir ich warte auf meinen blut geholt blatschen blatschen 900m in die richtung genau wo er drauf gekommen ah ich habe getroffen ich habe ihn getroffen ich glaube wir haben beide gleichzeitig irgendwie getroffen nicht mehr von der Seite man ist das behindert ja ich habe getroffen nein ich habe getroffen nein ich nein ich nein ich free crate monte will jiboke explodieren gehen ok komm ich crafte mir davon noch ne bandage ich habe kein inventarplatz für ne bandage äh 133 hab ich ja wie schnell der einfach ist pass auf da kommt einer zwei mindestens oh lauf auf ich habe dem einen richtig krass schaden gemacht die hat eine feuerachse die hat eine feuerachse und pfefferspair haben die die sind auf richtung norden ja ich bin taser ja ja nein nicht sterben leid ihr die mit der feuerachse ah 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 hab einen ok was mit deinem ja gleich ne sicher schaffst du das oder darf ich helfen ja helft lieber ich habe kaum stamina ok ich schaff das nein ich habe daneben geworfen hast du das gehört ja das hört sich krank an ok ah nein 11 schiste Jörn du hast richtig viel zu verkaufen wenn du willst für den ins normal rufen hier helft ja noch mehr Sachen hin alter ich habe kaum Leben ich hoffe es kommen leute ah fack fack oh das war fast du ja ich weiß hast du ja Achtung nein wir haben fack der hat einen dreizack und alles ja ich bin tot shit alter die war eigentlich ganz nice schade alter guck dir mal den rucksack von diesem day an drei sperren und einem blast alter ja ja ich warte ich muss kurz rum es wird schon es wird schon oha ha gut dass du eine feuerachst wenn der irgendwo kopf über den Berg runter springt dann bleibt er einfach so ey warte mal der hat 6 Sachen im Moment oder? 1 2 3 4 5 ne der hat eben noch einen Mantraker an der Hand sicher? ja ich schwöre der Junge der hat eben noch einen Mantraker an der Hand warte mal naja er hätte es mal alles im Moment haben wann weißt du das da liegt einfach ein recurve boh ja ich weiß den habe ich geklaut gehabt ich hätte schwören können der hat eben noch einen Mantraker an der Hand ich bin dann die Hilfestation für deine neuen Freunde hm alter krass ja dann wird die Runde halt hinter die andere Runde geschnitten ja alter krass also ich hoffe ich hat es Spaß gemacht zu gucken war eine ganz gute Runde eigentlich mach's gut tschüss 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 tschüss